herzlich willkommen zu einem neuen rezept video hier bei olis barbecue heute machen wir eine neue kategorie auf und zwar finger food und wir starten mit dem ersten rezept habe ich mir ausgedacht ich nenne es einfach mal meatballs cheeseburger style und wie das geht und was wir dazu brauchen zeige ich euch jetzt so wie bin ich überhaupt auf die neue kategorie gekommen es ist ja irgendwie immer so wenn man eine party hat werden immer die großen stücke fleisch gemacht oder was weiß ich was und ich habe mir überlegt ich mache jetzt die neue kategorie auf um euch auch mal zu zeigen was man so an kleinigkeiten grillen kann das könnte natürlich genauso auch in der küche alles zubereiten ist ganz klar dafür brauchen wir gar nicht viele zutaten für das heutige gericht und zwar 500 krab gramm rinderhack heißt es dann ein paar cherry tomaten oder kirsch tomaten was ihr da habt bisschen cheddar bisschen salat paar gurken dann habe ich hier noch chili mayo pfeffer und salz kleiner fun fact noch zu den gurken wenn ihr mal einen richtigen kater habt könnt ihr ruhig mal so ein glas gurkenwasser trinken da sind so viele salze elektrolyte drin es bringt euch ganz weit wieder nach vorne so dann kommen wir hier mal zum hackfleisch das pfeffern und salzen wir einfach ein bisschen gar nicht so viel weil ich immer diesen puren geschmack vom fleisch sehr gerne mag so knete ich das einmal grob durch da wie immer nicht zu doll kneten sonst verbinden sich die eiweiß strukturen in dem hackfleisch und dann werden sie eher so fest so ein bisschen wie so ein brät und das wollen wir natürlich nicht deswegen einfach nur ein paar mal durchgeknetet so und dann nehmen wir schon die hackbällchen oder form uns die hackbällchen gar nicht so groß einfach nur ganz kleine und davon machen wir jetzt mal eben das ganze hack weg und dann zeige ich euch am grill wie es weitergeht so ich benutze im heutigen video mal wieder meine geliebte gussplatte die habe ich jetzt schon ordentlich vorgeheizt wie ihr seht und da lege ich diese hackbällchen als einmal drauf und drückt die so ein bisschen platt das hat zwei gründe einmal kann ich den cheddar da gleich besser drauf legen und zweitens kann ich sie dann besser nachher zum servieren aus brett stellen sondern knuspern man die von jeder seite so ein zwei minütchen an lassen sie schön durchziehen und dann in der zwischenzeit bereiten wir dann den rest der spieße schon mal vor minütchen später sehen wir die mal um ja das ist perfekt so müssen sie aussehen wunderbar ich liege die hackbällchen dann gleich noch indirekt wie gesagt mit dem cheddar oben drauf und wenn das der klebt etwas da ist die platte nicht richtig geölt da lassen wir einfach noch ein bisschen liegen das löst sich gleich von alleine und wer das hat jetzt ganz frisch gekauft hat der könnte sie daran theoretisch auch einfach medium essen aber wir machen wir jetzt so gut wie durch würde ich sagen lassen wir die eben fertig werden und dann sehen wir uns gleich wieder so weiter geht es im text wie gesagt die mietbeards sie sind jetzt noch im prinzip roh von innen sie lassen wir jetzt aber gleich schön ziehen nach mit dem cheddar oben drauf verläuft wie beim bürger petty und dann mache ich die brenner auch hier nur noch einen an rechts ganz einen an und dann haben wir das schon perfekt jetzt mal drehe ich hier die brenner aus macht diesen an ganz klein und dann kommt der städter hier zum einsatz aus den 500 gramm sind jetzt übrigens zwölf kleine bälle entstanden ich denke dass das jetzt noch so ungefähr zehn minuten dauert bis sie durchgezogen sind dann hat der käse noch genug zeit um zu verlaufen und das wird eine richtig leckere sache so während im hintergrund der käse schmilzt habe ich hier schon mal ein paar spieße vorbereitet ist ganz einfach hier unten kommt nachher der meatball drauf wir nehmen einfach eine gurke oder ein stück gurke die habe ich jetzt halbiert packen die auf dem spieß die tomate ein bisschen salat und das war es schon piekst man nachher so auf dann haben wir da die chili mayo drüber und dann wird das denke ich eine richtig leckere sache ihr könnt natürlich wenn ihr dünnere spieße habt auch gerne dünnere spieße nehmen ich habe ein zahnstocher ist bisschen kurz aber sonst einfach das was er da hat und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich zum anrichten und probieren wieder so die sind fertig ich hole mal zwei nach vorne naja sind drei geworden aber ist ja auch egal der käse ist echt wunderbar verlaufen und jetzt nehmen wir einfach unser vorbereiteten spieß hoch hier ist die gurke abgefallen naja reparieren wir mal provisorisch wird er gleich aufgegessen und dann einfach oben rein pieksen bisschen runter schieben und schon sind sie fertig wie für den richtig cool darüber machen wir jetzt noch ein bisschen von der besagten chili mayo da kann man natürlich auch wenn ihr wollt einfach irgendwie noch ein paar andere soßen hinstellen im schildchen dann könnte man einmal noch rein tippen hat man immer einen unterschiedlichen geschmack oder noch ein stück bacon zu was auch immer das ganze mit fisch wird auch gehen so und jetzt sammle ich auch nicht länger rum ich probiere einfach mal so ein teil dann könnte die noch ein bisschen kleiner machen merke ich gerade wenn ich so vor im mund habe aber ist egal wir hauen uns das ding jetzt rein es schmeckt wirklich so ähnlich wie ein cheeseburger also wirklich wirklich lecker wird auf jeden fall auf der nächsten party bei mir auch geben alle die dann kommen können sich schon mal freuen ich hoffe dass euch so ein fingerfood video gefällt wenn ja ballert mir da gerne mal ein kommentar zu unten rein alle zutaten wie immer in der infobox und dann würde ich mich freuen wenn du meinen kanal abonnierst und wir uns das nächste mal hier bei olis barbecue wiedersehen bis dahin ciao